Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Familien, liebe Ausführende, liebe Sängerinnen und Sänger, Bach bewegt unsere Herzen, er bewegt unsere Körper und er bewegt auch die Stimmbänder. Ein Geburtstagskind bekommt ein Geburtstagsständchen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Nein, hallo, nein, unser Ständchen hört sich ganz anders an. Humba, 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 Alles Gute zum Gelusthang wünschen wir Sebastian Bach. B.A. C.H. Johann Sebastian Bach Komponist? Was ist das? Also ein Komponist, der erfindet Lieder. Lobet Gott in seinen Reichen, Lobet Gott in seinen Reichen. Lobet Gott in seinen Reichen. Jetzt möchte ich euch und Ihnen noch vorstellen, wer heute noch alles mit uns feiert. B.A. C.H. 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 B.A. C.H.